ARD Text im Auftrag von Funk Es ist so. Ich hätte vor zwei Wochen meine Tage kriegen sollen und ich habe sie nicht bekommen. Und daraufhin habe ich einen Test gemacht. Und der Test war positiv. Und das Erste, was ich erkenne, als ich die Welt sehe, ist die Liebe. Nicht die Liebe des Tieres. Die reine Liebe. Die reine Liebe ist rein. Und wenn die Liebe rein ist, dann braucht man gar nichts mehr. ARD Text im Auftrag von Funk